Zielobjekt fährt Richtung Lunar Bar. Leo 1 übernimmt, wir kommen von Körnerstraße. Scheiße, wir gehen mit dem Miller da rein. Okay, dann nehmen wir noch einen Absager. Komm, ich weiß nicht, was ist, wenn die uns kennen in dem Schuppen? Tja, nichts im Leben ist ohne Risiko. Singen wir, was sie trinken. Klar geht alles klar mit Weihnachten. Sag mal, wo willst du denn, du willst schlafen? Bei uns? Nee, nee, ist klar, du kannst bei uns schlafen, ist kein Problem. Okay, bis dann, tschüss, ich meld mich später nochmal. Okay, bis dann, tschüss. Sie kommt. Den kennen wir doch. Das ist der Typ aus dem Park. Das ist aber komischer Zufall. Komm. Was ist los? Was glaubst du, wo du hier bist? Hier, die Schlüssel. Zwei Häuser weiter, die Nummer 40. Halt die mir irgendwie auf. Ja. Was ist das? Ich gehe dir.